Wir wollen impfen, was das Zeug hält. Das kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann gestern an und reagierte damit auf die massive Kritik an der derzeitigen Impfstrategie. Ergebnis, der Impfplan für März steht, der AstraZeneca-Impfstoff, der immer wieder liegen bleibt, soll zügig neuen Gruppen angeboten werden. In dieser Woche sollen noch das komplette medizinische Personal in Arztpraxen sowie Mitarbeiter in Krankenhäusern die Möglichkeit bekommen, sich impfen zu lassen. Ab dem 8. März kommen dann Polizisten, Mitarbeiter aus Behindertenwerkstätten, Grund- und Förderschullehrer sowie Kita-Personal, Kindertagespflegerinnen und Pfleger an die Reihe. Insgesamt würde es sich dabei um 750.000 Menschen handeln, die nach Laumanns Angaben innerhalb von vier Wochen geimpft werden sollen. Ende März sollen dann die Impfungen der chronisch Kranken ab Impfpriorierungsgruppe 2 in den Hausarztpraxen starten. Es geht jetzt darum, dass keine Impfdosis mehr ungenutzt im Regal stehen bleibt, sondern innovativ verteilt wird. Und an dieser Stelle kommt auch eine neue Software namens Impfbrücke ins Spiel, die Duisburg seit über zwei Wochen zur vollständigen Impfstoffverwertung nutzt. Registriert werden nur Duisburger, die der Impfpriorierungsgruppe 1 angehören. Das Ganze läuft dann absolut anonym nur mit einer Telefonnummer ab. Impfwillige werden per Zufallsgenerator, per SMS angeschrieben, wenn eine Impfdose übrig geblieben ist. Sie können sich dann, wenn sie wollen, noch am selben Tag gegen Corona impfen lassen. Ja, die sogenannte Impfbrücke macht der Stadt Hoffnung, was die übrig gebliebenen Impftermine angeht. Inwiefern die neue Software diese bisher aufhängt, darüber spreche ich jetzt mit Oliver Tittmann, Leiter der Feuerwehr Duisburg. Hallo Herr Tittmann, schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Hallo, vielen Dank. Die Skepsis gegenüber AstraZeneca ist vielerorts groß und das zeigt sich eben auch in der Vergabe von Impfterminen mit AstraZeneca. Laut der Auswertung von der KVNO, es wurden in Duisburg im Februar 70 Prozent der Termine mit AstraZeneca blieben ungenutzt. Wie groß vor dem Hintergrund sind dementsprechend Ihre Hoffnungen, was die neue Software angeht, dass die das eben in Duisburg auffängt? Das hat mit der Software noch nicht mal so viel zu tun. Also erstmal müssen wir seit dem Wochenende feststellen, dass die Impfbereitschaft für AstraZeneca stark zunimmt. Also wir hatten am Wochenende 100 Prozent Auslastung und auch diese Woche sind wir nahezu bei 100 Prozent. Das ist sehr positiv und nicht zuletzt den Medien zu verdanken, die das aufnehmen, auch die Ängste und Nöte wahrnehmen. Das tun wir auch und das ist auch alles berechtigt. Aber da nimmt zum Glück die Akzeptanz stark zu und unsere Software, die wir einsetzen, ist ja vor allen Dingen da, Reste zu verimpfen. Also Spritzen, die bereits aufgezogen sind, die wir nicht wieder in den Kühlschrank stellen können. Also der AstraZeneca-Impfstoff, den wir jetzt in den letzten Tagen nicht verimpfen konnten, der verfällt ja nicht. Den werden wir jetzt in den nächsten Tagen zusätzlich verimpfen können, sodass da nichts wegkommt. Aber die Spritzen, die abends tatsächlich überbleiben, da können wir mit der Software eben interagieren und diese Spritzen dann an den Mann oder an die Frau bringen, damit keine Spritze verfällt. Es ist seit über zwei Wochen die neue Software im Einsatz. Was für eine Bilanz ziehen Sie bisher? Ja, sehr positiv. Es gab immer ein paar Anlaufschwierigkeiten. Also wir haben eine Anzahl X an Leuten, wollten wir ansprechen. Es sind dann ein paar mehr geworden. Wir konnten das trotzdem bedienen. Das sind so Kinderkrankheiten, das gehört immer dazu bei einem Pilotprojekt. Wir haben Stand jetzt etwa 160 Impfdosen durch diese Software an die Frau und an den Mann bringen können. Und der große Vorteil ist, wir müssen uns nicht händisch drum kümmern. Ja, wir müssen einmal die Nummern ins System einfliegen, weil berechtigt sind nur Personen aus den jeweiligen Prio-Gruppen, also im Moment noch der Prio-Gruppe 1, die wir ansprechen. Also es ist kein freies System, wo sich jeder registrieren kann. Also die Telefone bei uns laufen gerade heiß. Ich freue mich ja, dass das so großen Anklang findet. Macht uns aber gerade Arbeit und hilft nicht. Wir melden uns bei den Gruppen, die priorisiert werden für diese Software. Und dann wählt eben das Programm oder schickt automatisch eine SMS raus per Zufallsprinzip an denjenigen, der dann zu uns zum Impfen kommt. Das ist eine mega Erleichterung und schafft den Nasenfaktor ab. Das ist auch eine ganz große Gefühle. Ja, Sie haben es gerade gesagt, die neue Software, die richtet sich eben noch an die Menschen, die in der Prio 1 liegen. Also ich könnte jetzt nicht Ihnen meine Telefonnummer geben und sagen, rufen Sie mich an, wenn Impfstoff übrig ist. Das ist eben jetzt noch nicht der Fall. Könnten Sie sich denn vorstellen, wäre das vielleicht Zukunftsmusik, dass wenn eben Menschen, die priorisiert sind, geimpft wurden, dass das irgendwann übertragbar wäre und dann auch hilfreich wäre? Da müssen wir mal gucken, wie hilfreich das ist. Ob die Terminvergabe ist ja irgendwann dann soweit, dass sich vielleicht irgendwann jeder registrieren kann. Aber auch da werden immer Sachen drüberbleiben und keine Spritze darüber bleiben. Je mehr Impfstoff wir an den Mann, an die Frau bringen, desto besser. Und ja, auf jeden Fall, dem System ist es egal, ob das jetzt fünf Leute sind oder 500. Also das dauert nur ein bisschen länger, die Leute zu informieren. Aber von daher kann das auf jeden Fall ein Zukunftssystem sein und wird uns während der Pandemie und während des Themas Impfens auf jeden Fall begleiten. Wenn wir jetzt nochmal über die Skepsis gegenüber AstraZeneca sprechen. Sie sagen gerade, es ist auf jeden Fall schon mal ein positiverer Anklang. Die Impftermine, die werden jetzt mehr vergeben. Am Anfang sah es noch ein bisschen anders aus. Termine wurden zwar nicht abgesagt, aber es wurden eben keine Termine vereinbart aufgrund dieser Skepsis. Was würden Sie jetzt? Sie sagen gerade, die Medien, die haben schon aufgeräumt. Aber es besteht immer noch, ein paar Menschen sind immer noch skeptisch gegenüber. Was würden Sie diesen gerne sagen und dementsprechend die Skepsis vielleicht entkräften? Dieser Wirkstoff, also der AstraZeneca ist ein super wirksamer Impfstoff. Da steht BioNTech und Moderna grundsätzlich nichts nach. Es ist die Zulassung nicht für über 65 ist was, was für Verunsicherung gesorgt hat. Aufgrund mangelnder Studiendaten, da wird ja gerade nachgeholt. Also es ist vielleicht denkbar, dass in naher Zukunft der Impfstoff auch für über 65-Jährige genutzt werden darf. Das hat zu viel Verunsicherung geführt. Das, was wir bis jetzt verimpft haben. Ja, es gibt Nebenwirkungen, wie bei jeder Impfung. Ob das Fieber ist, ob das Schüttelfrost ist, ob das Schlappheit ist. Was aber auch bei BioNTech und Moderna vorgekommen ist, gehört zu einer Impfung eben dazu. Aber der Impfstoff ist hoch wirksam und ich kann jedem wirklich nur raten und bitten, dieses Impfangebot anzunehmen. Je mehr Leute wir impfen, je schneller wir den Impfstoff auf den Markt bringen und an die Leute bringen, desto eher können wir vielleicht über Lockerungen und sowas reden. Also von daher kann ich nur den großen Appell loswerden, lassen Sie sich impfen. Jetzt wurde gestern die neue Infrein-Folge bekannt gegeben. Unter anderem sollen ab Montag Lehrerinnen, Erzieherinnen geimpft werden. Und dafür sind eben die Kommunen verantwortlich, das zu organisieren. Was verändert sich jetzt für Sie in Ihrer Durchführung? Wir sind Gott sei Dank mit unserem Impfsetzum extrem gut aufgestellt, was die Kapazitäten angeht, sodass uns die Zusatzanforderung nicht vor ein Riesenproblem steht, was das TAM, also das Theater angeht, sodass wir dort die Impfung durchführen könnten. Wir werden theoretisch auch noch vorbereitet, aufsuchende Impfungen zu machen, also vielleicht rauszufahren, je nachdem, wie sich das ergibt, muss man mal gucken. Und was tatsächlich eine Zusatzaufgabe ist, ist die Terminierung durchzuführen. Da müssen wir mal gucken, wie das am besten genau läuft. Das sind so Details, die wissen wir noch nicht hundertprozentig. Lädt man die Leute on Block ein. Wir wollen ja auch nicht alle gleichzeitig impfen, falls es doch mal zu Nebenwirkungen kommt. Gibt es ein Online-Terminvergabesystem? Vergeben wir Termine schulscharf oder sowas? Das sind alles so Kleinigkeiten, weil es sind ja noch mehrere Gruppen als nur die Lehrer und Erzieher. Polizisten dürfen, also Hundertschaften dürfen geimpft werden. Da gibt es noch ein paar andere Gruppen. Und da suchen wir gerade noch die vernünftige Detaillösung. Nächsten Montag soll das starten. Da steht das. Das kann ich Ihnen versprechen. Wird ein bisschen holpern die ersten ein, zwei Tage wie immer, aber danach wird das laufen. Und man hört raus, Sie bilden den Zusatzanforderungen optimistisch entgegen und das hört man in diesen Zeiten doch gerne. Ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben, Herr Tippmann. Dankeschön. Ich habe zu danken. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank.